Ein Arzt untersucht dann mal und sagt, sie sind ja hervorragend benannt, alle Werte perfekt, alle Blutwerte, alles, alles perfekt. Aber wie ist es ein Wahnsinn, sie sind ja super, sagt er, ja, danke. Dann psychologisch auch alles in Ordnung mit der Psyche. Ja, wie schaut es mit dem Sex aus? Naja, so dreimal in der Woche. So wie sie benannt sind, sie könnten jeden Tag, stundenlang. Sagt er, ja, aber ist halt ein bisschen schwer als Pfarrer in einem kleinen Dorf. Sagt er, ja, aber ist halt ein bisschen schwer als Pfarrer in der Woche.